Herzlich willkommen zum vierten Teil des Themas Übergänge, zum Thema geschmeidige Übergänge, wie ich das hier mal genannt habe. Es geht also darum, dass wir von einem zum anderen nicht schlagartig kommen. Denkt nochmal zurück an die Grundhypothese der stabilen Umwelt und wenn wir uns in so einer Umwelt bewegen, dann ist das nie so, dass es schlagartig anders ist. Also wenn ihr zum Beispiel von eurem Zimmer aus in den Keller geht, dann kann es euch passieren, dass ihr im Keller seid und denkt, was wollte ich hier? Das ist uns wohl allen schon mal so gegangen. Aber es wird euch nicht so gehen, dass ihr denkt, wie bin ich denn hier hingekommen? Denn ihr habt den Weg zwischendurch erlebt, ihr habt einen Übergang von einem zum anderen erlebt. Auch wenn ihr hier hinguckt und guckt dann hier rüber, dann denkt ihr auch nicht auf einmal, oh, was sehe ich denn da? Denn ihr habt ja diesen Weg, diese Bewegung mitgemacht und habt sie mitbekommen. Und das ist das Wichtige, worum es jetzt hier gehen soll bei den geschmeidigen Übergängen. Wir kommen zunächst einmal noch auf das Thema zurück vom letzten Mal, nämlich die stabilen Objektpositionen. Und da hatte ich ja schon über diese Anordnungen hier gesprochen, die immer gleich sein sollten. Und ein weiterer Aspekt ist eben der, dass sich Positionen von Objekten nach Möglichkeit nicht ändern sollten. Wenn ich es also hinbekomme, eine Veränderung darzustellen, ohne dass ich die Objektpositionen am Bildschirm wirklich ändern müsste, dann sollte ich das tun. Und ich zeige euch das an diesem schönen Beispiel, den Systemeinstellungen von macOS. Und was man hier machen kann, ist, man kann nach etwas suchen, wenn man nicht weiß, wo man eine bestimmte Einstellung findet. Das geht bei Windows auch, aber bei Windows kriegt man dann eine Liste, aufgeführt von den ganzen Elementen. Und hier ist das anders gemacht worden. Schaut mal, ich gebe das ein und dann wird so ein Highlighting gemacht. Und dieses Highlighting zeigt mir, wo das jetzt alles drin vorkommt und dann kann ich da draufklicken und dann komme ich auf die entsprechende Seite. Aber diese ganze Anordnung von Icons auf dieser Seite, die hat sich nicht verändert durch die Suche, sondern die Icons sind stabil an ihrer Stelle geblieben und es gab nur ein Highlighting der Objekte an dieser Stelle. Das spricht ganz stark dafür, dass man, wenn man etwas sucht unter den Objekten, die schon am Bildschirm sind, dass man die Dinge nicht ausblendet, sondern dass man ein Highlighting macht oder dass man umgekehrt vielleicht sagt, die Objekte, die es nicht sind, die graut man aus oder etwas, was nicht aktiv ist, wird ausgegraut. Gut, das ist auf jeden Fall vorzuziehen, wenn es denn möglich ist, einem Ausblenden der Objekte an dieser Stelle. Denn beim Ausblenden, wenn ich jetzt die anderen Objekte jeweils ausgeblendet hätte, dann hätten entweder die Objekte nicht mehr an dieser Stelle gestanden und ich hätte keine Möglichkeit mehr gehabt zu sehen, was es sonst noch so gibt oder die Objekte wären sogar in der Position versprungen und dann habe ich erst recht dieses Problem, dieses plötzlich sich ändernden Objektarrangements. Das sollte man möglichst und tunlichst vermeiden. Ihr kennt das von diesen Darstellungen hier oder dieser Art der Einstellungen. Schaut mal hier, auf der linken Seite ist der ganze obere Bereich deaktiviert, weil dieses Enable Grid Mode aus ist. Und wenn ich es einschalte, dann erscheinen auch die entsprechenden Felder wieder ausgefüllt und nicht ausgegraut. Man könnte hier mit Progressive Disclosure arbeiten und könnte sagen, bei Enable Grid Mode klappt dann noch so ein zusätzlicher Bereich auf und der wird dann erst angezeigt, wenn man ihn braucht. Ja, aber dann hätte man zwei Nachteile. Das eine wäre, die anderen Objekte würden am Bildschirm verspringen, in dem Ort, an dem sie sich gerade befinden und ich hätte keine Möglichkeit zu erkennen, was ich eigentlich einstellen könnte, wenn ich diesen Grid Mode hier aktiviert hätte. Das heißt, diese Möglichkeit des Ausgrauens, die Objekte bleiben an der Stelle stehen, sind aber als nicht aktiv dargestellt, ist vorzuziehen, wenn der Platz es mir zulässt. Und wenn nicht, dann sollte ich eine solche Progressive Disclosure Möglichkeit vorsehen. Eventuell vielleicht sogar in einem neuen Fenster, dass dann ein zusätzliches Fenster aufgeht, wo ich diese Einstellungen machen kann. Geschmeidige Übergänge, wie wir sie gerade hatten, dass wir also sagen, ja, ich habe nicht eine Änderung, die schlagartig passiert. In den beiden letzten Fällen war es jetzt so, dass die Objekte an ihrer Stelle stehen blieben und es eigentlich so gesehen gar keinen richtigen Übergang gab. Es gab nur einen Zustandsübergang, der sich visuell darstellte, aber es war nicht so, dass sich das Objektarrangement selber geändert oder umsortiert hätte. Aber in vielen Fällen ist das natürlich notwendig, wenn wir nicht alles am Bildschirm gleichzeitig darstellen können. Und dann gilt es, Kontinuität sicherzustellen. Ich lese hier auch mal vor. Kontinuität bedeutet, dass Veränderungen im Wahrnehmungsbereich nicht abrupt und unzusammenhängend, sondern geschmeidig erfolgen und dadurch der Eindruck einer stabilen Arbeitsumgebung unterstützt wird. Das war genau der Aspekt, den ich eben mal sagte. Wenn ich erst das sehe und dann das sehe, dann ist es gut, wenn ich dazwischen einen Übergang habe, dass die Objekte zur Seite weglaufen und andere hineinkommen. Das ist auf jeden Fall einer abrupten Änderung vorzuziehen. Und dafür gibt es gute Beispiele in User Interface. Und was brauchen wir dann, damit so eine Änderung nicht abrupt ist? Wir brauchen Animationen. Und Animationen haben klassischerweise einen schlechten Ruf. Gerade bei Informatikern. Also wer in den letzten 20 Jahren mal Computerzeitschriften gekauft hat, der findet nach wie vor immer noch diese Tipps und Tricks. Und da steht ganz oft drin, wie man die ganzen Animationen, die ja nur Rechenzeit ziehen, abschaltet. Das ist aus software-ergonomischer Sicht nicht unbedingt sinnvoll. Natürlich ist es besser, einen Rechner zu haben, der vernünftig reagiert, als dass er seine Rechenzeit mit Animationen verschwendet und dann an anderer Stelle nicht funktioniert. Nur dieses Argument zählt eigentlich heute gar nicht mehr. Denn die Rechenleistung ist auf jeden Fall da. Und viele der Animationen werden auf dem Grafikchip gerechnet. Also man hat eigentlich überhaupt gar keine Notwendigkeit, diese Animationen auszuschalten. Es ist eher sowas, dass sich diese Zeitschriften ein bisschen darin gefallen, diesen Tipp immer wieder herauszugeben. Aber es ist wichtig, dass es solche Animationen gibt. Zum Beispiel eine Animation wie die, die hier unten quasi eingefroren dargestellt wird. Nämlich das Verkleinern von Fenstern. Hier ist es in der macOS-Variante. Wenn ich da ein Fenster minimiere, dann gibt es so einen Trichtereffekt. Und dann fließt das unten in das Icon hinein. Und wenn ich da wieder drauf drücke, dann fließt es auch so wieder da heraus. Diesen Effekt, den kann man für etwas überkandidat halten. Das finde ich auch, es muss nicht unbedingt so ein extrem starker optischer Effekt sein. Wenn man sich das bei Windows anguckt, dann hat man diesen Effekt auch. Der ist subtiler gestaltet. Aber man sieht auch, dass ein Fenster quasi in die Taskleiste hineinwandert und aus der Taskleiste herauswandert, wenn man so ein Minimieren oder Maximieren macht. Und das hilft einem zu sehen, wo das Objekt hingekommen ist. Wenn man auf Minimieren drückt und es ist schlagartig verschwunden, das Fenster, dann weiß man zwar, dass man Minimieren gedrückt hat, aber man weiß nicht, wo es gelandet ist, weil man nichts hat, dem man folgen kann. Auch wenn Sachen auf- und zuklappen, das habe ich im letzten oder vorletzten Video schon mal gesagt, beim Aufdecken bei Bedarf, dann sollte es eine Animation geben. Denn die Animation hilft uns, die Objekte wiederzufinden. Denn wenn ich zum Beispiel oben etwas aufklappe, dann laufen ja unten, weiter unten Elemente weg. Die ändern ja ihre Position und das sollten sie auch nicht schlagartig tun. Das können wir uns hier einmal anschauen. Also schaut mal, wenn ich das aufklappe, dann seht ihr ja, dass die unteren Elemente ihre Position ändern, aber sie tun das animiert und dadurch, dass sie das auf animierte Art und Weise tun, ist das hier an dieser Stelle überhaupt gar kein Problem mehr. Man kann ohne weiteres dem Ganzen folgen. Es gibt keinen schlagartigen Übergang, dass auf einmal die Objekte ganz woanders sind. Das sollte man unbedingt vermeiden. Und Animationen sind eine sehr gute Methode dafür. Also der Hass auf Animationen, den solltet ihr euch abgewöhnen, wenn ihr ihn euch vielleicht schon angewöhnt haben solltet. Denn das war vielleicht mal bei Windows 95 auf einem Pentium 90 irgendwie sinnvoll, aber heute ist das keine sinnvolle Designmethodik mehr. Das heißt natürlich nicht, dass man sinnloserweise überall Animationen einbauen sollte. Aber dann, wenn sich ein Objektarrangement am Bildschirm ändert, dann ist eine Animation sehr hilfreich und dann sollte man sie auch verwenden. Gucken wir uns mal hier ein Beispiel an, wo etliche Designmaßnahmen, die wir schon besprochen hatten in den letzten Wochen, zusammengefasst verwendet werden. Was haben wir hier? Wir sehen hier eine Auflistung, sagen wir mal ein Menü soll das sein. Und in diesem Menü möchte ich die Menüpunkte jetzt umsortieren. Und jetzt schauen wir mal, was wir eigentlich machen können. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier unten einen Mauszeiger. Wir gehen mit dem Mauszeiger hier hin. Und wenn wir jetzt hier klicken, dann haben wir eine Auszeichnung. Das ist eine Objektauszeichnung. Dieses ist jetzt das selektierte und markierte Objekt. So, jetzt haben wir die Maustaste die ganze Zeit gedrückt. Was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir, wenn wir die Maus bewegen, dieses Objekt die ganze Zeit mit. Das ist eine differenzierte Rückmeldung am Ort der Wahrnehmung, also auch eine lokale Wahrnehmung. Und dadurch, dass das Objekt am Mauszeiger immer mit wandert, ist es natürlich auch eine unmittelbare Rückmeldung. Und was haben wir jetzt gerade gesehen? Hier ist ein Objekt von oben nach unten gewandert und das zwar auf animierte Art und Weise. Das sehen wir auch hier unten jetzt nochmal. Das ist auch eine unmittelbare Rückmeldung, die auf eine kontinuierliche Art und Weise geschieht. Und wenn ich das jetzt loslasse, dann wandert das auch wieder animiert an diese Stelle. Das heißt, das greift alles so ineinander. Gerade wenn wir Objekte haben und Objektarrangements umsortieren, dann greifen diese Techniken wie Auszeichnungen, lokale und differenzierte Rückmeldungen und geschmeidige Übergänge, also Kontinuität, extrem ineinander. Das muss man dann mit bedenken, dass man diese alle zusammen verwenden sollte und das sorgt dann für eine Umgebung, in der wir wirklich den Eindruck haben, mit Objekten umzugehen, die ein gewisses Verhalten an den Tag legen und nicht so eine Art Diashau zu haben von Zuständen, die alle nacheinander kommen und scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Das passiert nämlich, wenn wir irgendwas davon weglassen würden. Dann würden wir immer so einen Bruch in der Wahrnehmung haben, weil das, was wir sehen, nicht mit unseren üblichen Wahrnehmungshypothesen übereinstimmt. Wichtig im Zusammenhang mit der Kontinuität ist auch, dass wir den räumlichen Kontext grundsätzlich erhalten sollten. Das ist eigentlich fast die Grundvoraussetzung hinter allem, was ich gesagt habe, dass wir also nicht den Zustand haben, dass wir in einem Moment das eine sehen und im anderen Moment das andere. Wo hatten wir das? Das war früher mal ganz normal. Also wir hatten zum Beispiel unter DOS, also älteres Betriebssystem ist so, dass wir eine Kommandozeile gesehen haben und wenn wir dann einen Programmnamen eingegeben haben, dann sehen wir auf einmal schlagartig was ganz anderes. Oder wir hatten es auch teilweise in anderen Programmen so, dass wir sagten, wir sind jetzt in einem Dateiverwaltungsmodus, da sehen wir nur die Dateiverwaltung und jetzt sind wir in einem Schreibmodus, da sehen wir nur das Schreiben. Das ist etwas, was wir heute nicht mehr brauchen. Wir können den räumlichen Kontext erhalten. Und warum? Weil wir Fenstertechnik haben zum Beispiel oder Einblendungen machen können. Und dabei bleibt immer der räumliche Kontext erhalten. Wenn der räumliche Kontext verloren geht, dann haben wir genau diesen Zustand, jetzt sehe ich das, jetzt sehe ich ganz was anderes. Wo gibt es sowas in der normalen Umwelt und wie sollte unser Wahrnehmungssystem darauf wohl ausgerichtet sein? Und man sollte annehmen, das passiert heute nicht mehr. Es passiert aber doch. Und das Erstaunlichste, wo das passiert, ist meiner Meinung nach Office. Also hier mal Microsoft Word. Und ich habe hier einen etwas absurden Text hineingeschrieben, aber dass er da steht, ist durchaus wichtig. Denn es geht mir jetzt gleich darum, dass ich diesen Text abspeichern möchte. Und hier steht, es geht um ein Rezept für Ochsenschwanzsuppe. Gut. Wie ich darauf gekommen bin, ist nur meinem kranken Gehirn zu entnehmen. Möchte ich euch auch gar nicht weiter erläutern. Weiß ich auch selber nicht mehr, muss ich sagen. Wenn ich jetzt das speichern möchte, ich möchte sagen, speichern unter, dann bin ich in einer Situation, wo ich ja dann überlegen muss, welchen Dateinamen nehme ich. Und da kann es mir sehr helfen, dass ich diesen Text hier noch sehe. Generell wäre es irgendwie ganz schön, wenn ich nicht beim Speichern auf einmal ganz den Kontext verlieren würde, wo bin ich hier eigentlich. Aber genau das passiert komischerweise. Denn wenn ich jetzt auf Speichern unter gehe, das geht ja in den Menü Datei da und wähle da Speichern unter, dann passiert das. Ich sehe auf einmal ganz etwas anderes und bin in einem Modus Speichern unter und ich habe vollständig die Orientierung verloren. Was habe ich hier gehabt? Welcher Text war geöffnet? Sehe ich nicht mehr. Ich sehe den Text nicht mehr. Ich sehe nur oben, dass der mal Dokument 1 hieß. Das hilft mir aber nicht. Warum? Warum geht der Kontext so verloren? Warum ist das auf einmal eine gute Art und Weise, das zu gestalten? Er schließt sich mir nicht. Ist irgendwie über diese Windows 8 vollständigen Bildschirm-Nutz-Wahnsinns-Arbeitsweise da reingekommen. Unsinn. Das Komische ist, wenn ich mir die Mac-Version von Word angucke, da ist das nicht so. Wenn ich da Speichern unter sage, dann kriege ich diese Darstellung, wo ein Speichern-Bereich oben aus dem Fenster herausklappt. Das ist eine Standarddarstellung beim Mac-Betriebssystem, dass die da so rausklappt. Gibt es auch eine schöne Animation dazu. Und es ist auch von der Zuordnung her ganz schön, weil ich jetzt sehe, dass dieses Fenster an diesem Dokument dranhängt. Und ich habe die Möglichkeit, jetzt unten in den Text zu gucken und sehe, ah ja, das geht ja um das Rezept für Ochsenschwanzsuppe. Und außerdem wurde mir auch die erste Zeile gleich hier eingetragen. Es ist schon mal gar nicht so schlecht. Aber ich habe die Möglichkeit, auf jeden Fall unten noch rein zu gucken. Generell habe ich diese vollständige Desorientierung nicht, weil der räumliche Kontext erhalten geblieben ist. Es ist nur etwas dazugekommen. Es ist nicht so, dass auf einmal zack, ganz was anderes geworden ist. Die vielleicht noch bessere Methode ist die ganz klassische, wie hier bei LibreOffice. Hier klappt das Fenster nicht so da oben heraus, sondern ich kriege ein zusätzliches Speichern-Fenster. Warum ist das besser oder kann das besser sein? Weil ich das Fenster verschieben kann. Und ein verschiebbares Fenster hat den Vorteil, dass ich dann generell noch mehr von dem sichtbar machen kann, wo ich gerade war. Ich muss ja nur das Fenster mal so ein bisschen zur Seite schieben. Und dann habe ich den Kontext von vorher komplett wieder. Das ist eigentlich empfehlenswert. Dafür ist die Zuordnung nicht ganz so schön. Und auch so eine schöne Animation, die mir irgendwie sagt, hier ist was Neues aus diesem Fenster herausgekommen, gibt es dann nicht. Also so muss man die Abwägungen treffen. Beides hat seine Vor- und seine Nachteile. Aber auf jeden Fall zu vermeiden ist dieser Vollkontextwechsel. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Es gibt ja nicht nur Fenster. Eine sehr beliebte Methode ist diese hier. Auf der linken Seite schön zu sehen. Es kommt eine Meldung und die Meldung muss erst beantwortet werden. Ich kann nicht mit der Anwendung jetzt einfach weiterarbeiten, sondern diese Meldung ist modal. Ich muss die erst beantworten. Aber deswegen muss ich ja nicht den kompletten Kontext verlieren. Ich muss ja deswegen nicht den Kontext verlieren, in welcher Anwendung war das eigentlich, welche Dinge waren wo. Warum sollte ich das verlieren? Also macht man das hier so, dass man den Hintergrund abdunkelt und dann die Meldung im Vordergrund erscheinen lässt. Das ist sehr plastisch. Ich habe dadurch eine starke Abhebung. und es zeigt mir auch, dass der hintere Teil momentan nicht benutzbar ist. Also ist auch von der Auszeichnung her gut. Aber ich verliere nicht den kompletten räumlichen Kontext. Das gleiche hier auf der rechten Seite bei Resilio Sync, so ein Synchronisationsprogramm über mehrere Computer hinweg ohne zentralen Server. Übrigens interessantes Produkt. Nicht, dass ich es jetzt empfehlen möchte zu kaufen. Kann man tatsächlich kaufen, aber es ist interessant. Aber da seht ihr eigentlich die gleiche Technik angewandt. Hier ist man noch ein Stück weitergegangen und hat den Hintergrund auch noch unscharf gezeichnet. Muss vielleicht nicht sein. Aber immerhin behält man auch irgendwie einen Kontextzusammenhang. Auch wenn es nur noch schemenhaft zu sehen ist, ist es nicht so, dass man auf einmal ganz woanders ist, wenn diese Meldung da kommt. Es ist nicht so, dass die den kompletten Fensterinhalt ersetzen würde. Das ist etwas, was man, wie ich schon sagte und jetzt mehrfach sagte, auf jeden Fall vermeiden sollte. Jetzt habt ihr drei neue Forderungen kennengelernt unter dem Kapitel Übergänge. Das Ganze steht hier aber unter Orientierung. Also Übergänge ist quasi nur der erste Teil. Diese drei Forderungen, die werden wir jetzt noch einige Male uns anschauen. Und zwar bei zwei wichtigen Themen, wo die vorkommen. Es ging ja jetzt hier allgemein so um Übergänge von einem Fenster ins andere, von einer Situation in die andere Situation. Und wo haben wir sowas oft? Wir haben das oft, wenn wir über sowas wie Navigation sprechen. Wie machen wir all die Dinge zugänglich? Wie kriegen wir alle Inhalte dargestellt, dass wir sie erschließen können? Und wie machen wir das dann, dass die Übergänge funktionieren? Darum soll es jetzt in Anschluss gehen. Und danach geht es um Modusgestaltung. Also, dass wir von einem Modus in den anderen Modus wechseln und wie wir das darstellen. Oder ob wir vielleicht auch vermeiden sollten, solche Modi überhaupt zu haben. Das war jahrelang das Credo schlechthin, Modi vermeiden. Da bin ich nicht ganz mit einverstanden. Denn das wird dem Ganzen nicht richtig gerecht. Und was ein Modus überhaupt ist, ist auch nicht so ganz klar. Aber da werden wir erst später drüber sprechen. Es geht erstmal in den nächsten Videos um die Navigation. Bis zum nächsten Mal.